Erzähle mir die Vergangenheit und ich werde die Zukunft erkennen. Erzähle mir deine Vergangenheit und ich werde deine Zukunft erkennen. Dieses Zitat nach Konfuzius soll am Anfang dieses Audios stehen. Was ist damit gemeint? Als Menschen haben wir eine Vergangenheit. Als Menschen haben wir schließlich ein gutes Gedächtnis oder ein Gedächtnis, ein mögliches Gedächtnis, sowohl ein deklaratives, ein explizites Gedächtnis und ein implizites oder unbewusstes Gedächtnis. Jedenfalls einen großen Gedächtnisspeicher, in dem wir alles speichern, was wir so erlebt haben. Und das auch beliebig verfügbar sein kann oder eben durch besondere Möglichkeiten verfügbar ist. Wenn wir diese Phänomenologie zugrunde legen, dann ist es etwas Basismäßiges. Die Vergangenheit, die Orientierung, die Möglichkeit unserer Orientierung in die persönliche Vergangenheit hinein. Und das ist in der Psychotherapie ein wichtiger Anlass, immer wieder auch in die Vergangenheit zurückzugehen und die Vergangenheit zu bemühen, um in der Gegenwart Dinge klären zu können oder für die Zukunft zu ermöglichen. Erzähle mir die Vergangenheit und ich werde die Zukunft erkennen. Das bedeutet natürlich auch Prägung oder so etwas wie Gewohnheit oder in dem Zusammenhang der psychologische Ausdruck Habituation, Gewöhnung, Gewohnheit. Es ist natürlich keine Wahrsagerei in dem Sinne. Das könnte man ja auch meinen. Man könnte sagen, ah, wenn ich die Geschichte eines Menschen richtig kenne und richtig verstanden habe, dann kann ich ihm die Zukunft voraussagen und die Wahrheit sagen, das ist natürlich nicht gemeint. Also aus den Geschichten, die uns ein Mensch erzählt, die wir von ihm erfahren, auch durchaus fragmentarisch oder teilweise erfahren, die Eigenart und die Muster dieses Menschen erkennen. Und mit der Eigenart und den Mustern dieses Menschen eine Vorhersage machen zu können, was seine zukünftige Verhaltens- oder Denkweisen oder emotionalen Prägmuster anbelangt oder emotionale Muster anbelangt. Das bedeutet, ein Mensch wird wahrscheinlich Aspekte oder Teilaspekte seiner Historie, seiner Vergangenheit wiederholen, da sie schließlich sein Repertoire sind, sein innerstes Repertoire, das ja auch aufgehoben wurde und in diesem Gedächtnis gespeichert ist, das er hat. Warum wiederholen sich Dinge, fragen wir uns an dieser Stelle. Warum gibt es diese Tendenz, dass wir angenehme Dinge wie auch unangenehme Dinge oder wir meinen natürlich in der Psychotherapie Konfliktmuster immer auch wieder wiederholen. Manchmal sogar so eine Art von Zwanghaftigkeit bestehen könnte oder man meinen könnte, es ist fast zwanghaft oder rigide, dass sich da etwas wiederholt oder die Psychoanalyse spricht von einer Scheiternsfixiertheit. Als Menschen sind wir auch scheiternsfixiert, wir wiederholen immer wieder die gleichen Muster, an denen wir vormals schon gescheitert sind. Warum ist das so? Natürlich, weil wir eine Aufgabe haben, als Menschen zu wachsen, uns zu entwickeln, uns zu entfalten, ein Wachstum zu ermöglichen. Ein berühmter amerikanischer Entwicklungspsychologe Eric Erickson hat mal formuliert, dass das Leben in Krisenhaftigkeiten verläuft und die Überwältigung einer Krise zu einem nächsten Entwicklungsschritt führt, also zu einem neuen Entwicklungsschritt führt und damit die Entfaltung des Menschen ermöglicht. Wenn eine Krise bewältigt, wenn wir Krisen und damit Konflikte, Schwierigkeiten bewältigen, wenn wir Schwierigkeiten meistern, wenn wir Probleme meistern, dann kommen wir wieder aus der Krise heraus, wir kennen das auch von jedem grippalen Infekt, den wir haben, wir meistern das und in der Regel geht es uns nach diesem grippalen Infekt besser als vorher und so eben auch bei den mentalen Aktivitäten und dem, was in unserem Leben so passiert. Das ist ein interessanter Aspekt, der heute noch Gültigkeit besitzt, in der psychologischen Forschung beispielsweise auch anerkannt ist. Wenn wir Profis sind oder einigermaßen gut Bescheid wissen in unserem Metier der Psychotherapie oder der Weisheit oder wie wir uns auch immer nennen, ob wir Coaches sind oder Weise oder Begleiter im Leben eines Menschen, spielt letztendlich gar keine Rolle. Das ist natürlich hier im Rahmen eines Psychotherapie-Curriculums, also sagen wir Psychotherapie dazu. Dann reichen uns Einblicke, bestimmte Einblicke, bestimmte Eindrücke, Informationen, subjektive Befindlichkeiten, die wir in unserer Gegenübertragung haben, wenn uns ein Mensch Aspekte seiner Geschichten erzählt, seiner Geschichten, die er im Leben so erfahren hat. Und diese wenigen Einblicke reichen aus, um tatsächlich eine Vorhersage zu wagen, um vorhersagen zu können, wie sie in Zukunft sind, wie diese Problematiken sich in Zukunft dann auch zeigen. Das heißt, der Mensch ist Historie einerseits und er ist Ergebnis seiner Geschichte, seiner Historie, seiner Lebensbedingungen, die gelaufen sind und dadurch wird er geprägt für eine Gegenwart hin zu einer Zukunft. Natürlich ist ein Mensch trotzdem offen für den Wandel. Ich kann niemals fest voraussagen, wie jemand ist. Das ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die da ist. Also ich kann ein gewisses Muster erkennen und kriege dadurch die Färbung dieses Menschen mit und kann eben dadurch auch eine Vorhersage machen für die Zukunft. Und trotzdem ist eine Flexibilität und ein Wandel möglich. Das ist ja auch der Anlass von Psychotherapie, ein Wesen möglichst flexibel, kreativ und offen zu machen, also einen Menschen, mit dem wir arbeiten. Die Wiederholung der Muster, die Wiederholung der Geschichten, die Wiederholung der Problematiken als auch Nicht-Problematiken als quasi Analogie oder als analoges Potenzial, eine Ressource aus der Vergangenheit zu nehmen und damit eben deine Gegenwart oder Einblicke in die Zukunft zu gewinnen. Historisches Potenzial oder biografisches Potenzial oder die Geschichten, die wir in unserem Leben erlebt haben, sind ja Ressourcen. Sie sind passiert, sie sind passé, sie sind gelaufen, aber nicht wirklich. Sonst hätten wir kein Gedächtnis. Darüber sollte man sich wirklich mal auch immer wieder auseinandersetzen. Das Gedächtnis wäre nicht da oder es wäre nicht so wichtig für unser menschliches Verhalten und überhaupt auch Verhalten von anderen Wesen, Tieren, Tiergruppen und so weiter, wenn wir nicht durch das Gedächtnis stets etwas schöpfen für die Gegenwart, also die direkte Bezüglichkeit, das Hier und Jetzt und die Zukunft. Und man muss sich ja immer die Frage stellen, wieso ist etwas da? Wir können es nicht bezweifeln und sagen, es ist ja vollkommen sinnlos, wenn du dich ständig mit deiner Vergangenheit beschäftigst, dann bist du irgendwie einseitig retroorientiert und vielleicht sind wir als Psychotherapeuten so drauf und sagen, mein Gott, ich habe es immer wieder mit Patienten zu tun, mit Klienten zu tun, die einfach nur im Zweifelsfall immer wieder retroorientiert sind, sagen, ah, wie schön war damals die Zeit oder wie beschissen war die Zeit oder was ist mir Schlimmes passiert im Krieg, wie war ich in Gefangenschaft und all diesen Sachen und dann kaut er immer wieder auf der Vergangenheit rum. Das kann natürlich einseitig werden und damit ist jemand vielleicht nur fixiert, retrofixiert. Aber wir meinen hier das Normale, das Potenzial der Vergangenheit, das zur Verfügung steht für die Gestaltung, für die Lebensplanung in der Zukunft. Also dadurch können wir Vorhersagen machen, dadurch werden wir in die Lage versetzt, Vorhersagen machen zu können, ohne einen Mensch vollkommen festzulegen, sondern ihm natürlich die Flexibilität und den Freiheitsgrad zuzubilligen, den jedes Wesen braucht, um sein Leben zu gestalten. Das heißt, selbst die Geschichten, die wir erinnern und wiedererinnern und auch wiederholt wiedererinnern und nochmal erzählen und nochmal erzählen, sind offen und ändern sich durch jeden Erzählprozess, durch jeden Erzählvorgang, durch jede Narration, wenn man sich damit beschäftigt. Denken wir einfach mal daran, wir haben diesen Einfall, jenen Einfall, dann denken wir gerade dran, wieso kommt das jetzt aus der Vergangenheit gerade hoch, es hat ja gar nicht unbedingt ein anderes, es ist einfach frei assoziiert, es ist vorhanden und wir beschäftigen uns damit und schauen uns das an und lassen diese Gedanken und diese Erinnerungsfragmente laufen und liegen im Bett und sinnieren darüber und lassen sie dann wieder los. Dann hat sich da etwas verändert durch diesen Prozess des nochmaligen Durchgehens. Also Erinnerungen entstehen gezielt, also gemacht, inszeniert, in dem Sinne erinnern sie sich an diese Zeit oder eben auch spontan in der freien Assoziation. Das ist ja der Grund, warum eine tiefenpsychologische Orientierung freie Assoziation nutzt. Und dadurch haben wir natürlich Analogien. Und wenn wir bei diesem Begriff angekommen sind, dann ist es etwas sehr Grundlegendes, das ist also Anlass auch für ein eigenes Audio, das Leben besteht aus Analogien und Analogien sind Ähnlichkeiten, sind Bezüglichkeiten, die man aufeinander beziehen kann, analoge Dinge. Damals ist das passiert und da ist es mir so gegangen und ich habe mich so und so gefühlt. Und dann war das Verhalten, die Wahrscheinlichkeit, dass das in der Vergangenheit nochmal aufgetreten ist, dass es sehr groß und dass es nochmal aufgetreten ist, also dass es sich wiederholt inszeniert oder dargestellt hat. Die Inszenierung ist ein interessanter Begriff auch an dieser Stelle. Und dadurch entsteht eine Wahrscheinlichkeit, dass das auch in Zukunft weiterhin der Fall sein wird. Zwar nicht hundertprozentig so, wie es mal stattgefunden hat, denn es gibt niemals eine hundertprozentige Wiederholung. Alles selbst, wenn es nochmal in dem Ablauf da ist, hat irgendwo andere Nuancen und Möglichkeiten und Differenzierungen. Und insofern kann sich die Geschichte gar nicht vollkommen wiederholen, sondern wir haben dann vielleicht einen sehr einseitigen Blickwinkel und denken, naja, das wiederholt sich auf die Art und dann sind wir pessimistisch oder vielleicht sogar katastrophenfixiert. Das ist nicht der Fall. Gedächtnis hat einfach die Formation, Dinge besser überblicken zu können, besser gewahrwerden zu können, besser erkennen zu können, letztendlich bewerten zu können, umzudeuten, umzubewerten und all das, um dadurch natürlich eine Zukunft respektive der Gegenwart gestalten zu können, um dadurch neue Potenziale zu entfalten. Und insofern können wir durchaus sagen, jemand, der in der Vergangenheit etwas erlebt hat und der ist vielleicht sehr in dem Sinne retrofixiert, wie ich gerade sagte, also nur noch darauf fixiert und sagt, oh, wie schlimm war das, oh, wie schlimm war das, oh, wie schlimm, dann inszeniert er das weiter für die Zukunft und dann sehe ich sehr schnell, oh, der kommt da nicht raus, sondern der inszeniert sich, der konditioniert sich das immer wieder selbst als Selbstläufer, obwohl es schon auch was Eigenes geworden ist, aber der wiederholt das in dem Sinne, weil er zu sehr daran festhält. Oder jemand anders, der eben schlimme Konflikte, Traumatisierungen erlebt hat, der überwindet die, weil er neues Potenzial schöpft und weil er eine Hoffnung drin hat, weil er kreativ ist, weil er resilient geworden ist, weil er eine Resilienz entwickelt hat und dann wird die Zukunft eben auch freier sein für ihn im Sinne von Heilung, im Sinne von, ja, es ist nicht mehr so schlimm und er hat sein Leben eigentlich ganz gut bewältigt. Insofern können wir diese Vorhersagen machen.